Was ist das, was ist das, was ist das? Seid mal, ich muss es auch mal gucken. Hallo meine lieben Kursi, ich bin verrückt und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Dieses Mal wieder zu dritt. Was ist denn? Du sollst dich auch ordentlich hinsetzen. So, guck mal, jetzt bist du hoch, so wie wir. Und zwar habe ich nämlich eine Kawaii Box bestellt. Oder wie heißt das? Kawaii Box? Es ist keine Kooperation, ich habe kein Geld dafür bekommen. Ich habe euch trotzdem mal unten in die Infobox, weil ihr bestimmt wissen wollt, ich kenne euch ja, wo die Box her ist. Unten in der Infobox findet ihr den Link dazu. Man muss ein Abo dazu abschließen. Ich habe ein 3-Monats-Abo abgeschlossen, deswegen sind auch schon 2 Boxen da. Und weil jetzt Mai die Geburtstag hatte oder noch Einschulung hatte und ihre Geburtstagsfeier rufte sie ja 3-mal feiern, darf Juna jetzt mal die Box auspacken. Hallo. Oh, wow. Okay, Thema ist, glaube ich, unter Wasser. Und du bekommst ein Free Gift. Okay, man muss einen Code eingeben und dann bekomme ich, glaube ich, eine Handyhülle. Oh, was ist das, was ist das, was ist das? Zeig mal, ich muss es auch mal gucken. Was ist das? Eine Katze. Zeig mal. Eine dicke, fette Katze war drin. Was haben wir noch? Was ist das denn? Oh, wie cool. Darf ich den haben? Darf ich auch mal gucken? Ein Stift mit einer Quale dran. Den möchte ich gerne haben, Mai. Darf ich den haben? Darf ich den haben? Ich glaube, das machen wir jetzt erstmal auf. Das ist nie was zum Essen. Und so... Genau. Ich liebe so was. Ich auch. Du auch? Oh, das sind Pugeln. Ich glaube, das sind Kaugummi. Auch einen? Nein? Okay. Lecker. Ja, das ist voll dein Ding, ne? Sehr lecker. Oh. Ich habe gerade rausgeploppt. Das ist so warm. Wir haben 32 Grad draußen. Ich spiziere, ey. Dann haben wir einen Anhänger. Den finde ich ganz niedlich. Okay, weiter. Dann ein Mini-Notizblock und Nagelsticker mit Medienfrauen-Look. Ich will mal gucken. Ja? Und Notizblock ist, ähm, Einhorn-Wahl. Wie heißen das? Walfisch. Sticker sind auch drin. Cool. Voll die geilen Sticker. Die sind so, wenn... Die kann man ganz erkennen. Das ist noch längst nicht alles. Jetzt haben wir noch Kekse drin. Ähm, die sind aus dem Oreo-Kekse. Möchtest du denn haben? Ja. Nein? Ich habe auch einen Gucken. So, was haben wir dann noch? Ah, ein Notizbuch. Den kann ich haben für dich, oder? Okay. Und das letzte, was drin ist, ein Waschlappen. Das kann ich haben. Das ist dein Waschlappen? Okay, machen wir die nächste Box auf? Ja. Was ist da das Thema? Äh, ist da das gleiche drin? Nächster, anderer Flyer. Ich wollte schon sagen. Summer Holiday ist da das Thema. Oh, 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 oh. Können wir das machen, ne? Oh, ich sehe schon was ganz Tolles. Ich glaube, erst noch, wenn das ein Zuwasschen machen, das Film machen. Ja, ja. Ja, das gucken wir uns gleich an. Ich habe es dir wie schon gesehen. Ähm, wir haben jetzt hier einmal solche Bärchen, Gummibärchen. Bärchen, Gummibärchen. Tatzen, Gummibärchen mit Füllung. Können wir es mal probieren. Möchtest du ein Bärchen, ein Tatzenpfötchen? Esch du mal. Die riechen nach Eisbonbons. Esch mal du. Ich will das gar nicht. Ich esse auch keine Eisbonbons. Du bist hier die Expertin beim Testen. Esch die lecker. Ja? Okay. Dann zeig mal, was du noch gefunden hast. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Box ist geil. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Box ist geil. So, jetzt haben wir einen Anhänger drin gehabt und mit einer Meldenfrau Hello Kitty. Was haben wir noch? Ein Wetter. Ja, warte. Oh, ein Set. Was ist das? Ist ja geil. Du kannst hier mit so Fake Cupcakes und sowas machen. Du hast da so Teig quasi. Kann man das essen, ne? Nein. Dann kannst du es in die Förmchen reinmachen und dekorieren. Dann glaube ich trocknen lassen und dann kannst du es mit deinen Barbies zum Spielen benutzen. Voll geil. Also jetzt mal ehrlich. Ich finde das cool. So, dann haben wir noch etwas. Ich würde jetzt sagen Pühndöschen mit drei verschiedenen Fächer. Für mich ideal, weil ich ja so viele Tabletten schlucke. Also jetzt keine Sauvieh, ich nehme keine schlimmen Tabletten, sondern Vitamintabletten, Priorin-Tabletten, Zing, Eisen. Deswegen, ich glaube, das würde ich gerne haben wollen. Das ist perfekt für unterwegs. Darf ich das haben? Ja. Dankeschön. Was haben wir noch? Haarspangen. Ist ja süß. Die kann ich sagen, wie die Schule, damit die Sticker sind. Ja, mit so einem Bonbon drauf. Ja, wir wollen den Zimmern mit Bonbon. Dann haben wir noch einmal Sticker im, ja, mit Teddybärchen und so. Oh mein Gott, die haben aber auch immer geile Stücke, die Japaner. Sieht aus wie ein Lolli. Ich will noch gucken. Den kannst du haben. Ist das ein Lolli? Dann gibt es noch ein kleines Set mit, da kann man Ketten draus machen. Das finde ich auch schön. Das ist cool. Eine schöne Beschäftigung, die was für Kinder. Ich wünsche mir bitte eine Kette von euch oder ein Armband. Hallo Mädels. Könnt ihr das für mich machen? Darauf passiert ihr mir bitte eine Kette oder ein Armband. Richtig mal. Hast du gehört? Ja. Richtig? Das richtig. So, und danach ist die Box alle. Was ist das denn? Das ist irgendeine Verpackung. Da kann man irgendwas reinmachen. Kopfhörer oder so. Ja, kann ich haben. Ist ja geil. Da kann man wirklich so Kopfhörer reinmachen oder von der Nintendo Switch da die Spiele. Wie cool. Also das finde ich schon wieder geil. Nein. Wie findet ihr die Box? Cool. Soll ich die weiterhin bestellen? Ja. Dass die öfter kommt? Ich finde die auch geil. Also die ist ja nun wirklich geil. Du hast immer was zum Essen drinne und du hast irgendwas zum Spielen drinne. Und die Holiday Box fand ich aber cooler als die Meru-Frau-Box, muss ich ganz ehrlich sagen. Was denn? Die größeren waren besser. Die größeren Boxen? Ja, aber das sind ja ganz andere Boxen. Die sind ja eher für Kinder. Die anderen sind ja so für Mami. Ja, also ich bin da so ein Abo-Box-Freak, wie ihr wisst. Und ich habe ja zum Beispiel auch die Couch-Box mal gehabt, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Dann die Glossy-Box zum Beispiel bestelle ich mir auch immer. Oder ich glaube, irgendeine New Trend-Box. Da gibt es immer so die neuesten Sachen drin. Den neuesten Ketchup, den neuesten Senf. Wenn es irgendwas für solche Veränderungen gibt oder die neuesten Leibniz-Kekse sind da immer drin. Also das ist immer ganz geil. Kommt auch am einmal irgendwo an. Guna, du darfst das Video heute verändern, wenn du möchtest. Sagst du einmal Tschüss? Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure eine Wünsche plus Kiddies. Bye, bye. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.